Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir sind auf dem Weg zu einem Lagerfeuer, quasi ein Camp um dieses freizuschalten, um pfiffigere Schnellreisepunkte am Start zu haben. Und da in der Nähe ist auch dann die Hauptquest. Und eventuell lässt sich das, äh, lässt sich dafür zukünftige folgende Prognose ableiten. Aber hier haben wir auch noch eine Mission, eine alte. Und ein scheiß Hundi. Mein Fleisch kann ich diesmal behalten. Und ich renne in die falsche Richtung. Mal so ganz nebenbei, renne ich in die falsche Richtung. So, wer will? Komm, ich bin bereit. Komm, komm doch. Komm doch, trau dich. Trau dich doch. Trau dich doch. Dann trau ich mich. Was ist denn das da unten für ein Stein? Bist du? Genau weiß ich nicht, was du bist. Doch ich nehme dich mit, wa? Na, der ist wie der Schiffer. Da sind die Steine, wo alle ranschiffen. Bis er etwas schief versteht. Och, ich sollte solche Sprüche lassen. So. Nichtsdestotrotz. Äh. Wollen wir zu diesem alten Langefeuer da oben? Geh doch hoch. Alter, geh jetzt da hoch. Mh, mh, mh. So. Checken wir mal die Area. Aber nö. Sieht jetzt nicht so aus, als müssten wir hier... Ne? Okay. So. Mal ein anderes Ding. Was ist das? So, da können wir uns jetzt ausruhen. Wir schauen mal in das Belohnungslager rein. Ach, guck mal an. Da ist ja mal was drin. Ha, was hier für Nahrung. Bla, 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 bla. Da haben wir eigentlich alles voll. Da haben wir nicht alles voll. Nehmen wir die Blumen. Ja. So, wir wissen das jetzt doch dann hier als Schnellreisepunkt haben. Hab ich da jetzt komplett geirrt? Scheinbar. Gut, dann... Beste töten, Schwierigkeitsgrad, Mittel. Ich fühle mich immer noch nicht fit für Mittel. Gehen wir mal an diesen unbekannten Ort. Der da hinten ist. Und der muss sich da mindestens einmal pennen. Nee, das kann nicht sein. What the fuck? What the fuck? So. Ah ja, da kriegen wir jetzt tatsächlich wieder zwei. Das ist schön. Ich glaube, wir haben den Jaguar hier dann nicht zum letzten Mal gesehen. Ist das der unbekannte Ort hier? In der Tat. Das juckt den Bären nicht so, dass er gerade Headshots für mich bekommt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, mehr Bärenpelze. Kann man ja mal machen. Jetzt will ich meine Pfeile wieder haben. Eine liegt hier. Kann sein, dass ich gut... Kann sein, dass ich die Pfeile gar nicht mehr voll hatte. Aber... Doch, haben wir volle Munition. Ja, was haben wir hier? Mischung aus... Stonehenge und Friedhof der Kuscheltiere. Wie der Bär gerade beweist, hat kaum das Areal betreten, schon ist er tot umgefallen. Gut, dann haben wir jetzt hier einen wunderschönen, unbekannten Ort klar gemacht. Und je mehr Fragezeichen ich... Einen Sammler, desto mehr tauchen auf. Auf die Höhle habe ich jetzt keinen Bock. Dann probieren wir doch mal... Diese fette Bestie umzupusten. Ich bin gerade richtig in... In Action-Stimmung. Merkt man gar nicht, ne? Lala... Oh, das war mal ein Nordholze, wie es heißt. Gibt es hier noch mehr davon? Das brauche ich nämlich. Nordseele. Sehr schön. Davon haben wir gebraucht. Richtig nice. Langsam, langsam, langsam... Bekommen wir da ein paar... Dinge zusammen... Für Handwerk. Ah, die Keule können wir upgraden. Dafür war zum Beispiel schon mal das Nordseele-Teil. Ach nee, das Spiel können wir upgraden. Macht er denn mehr Schaden? Höchster Schaden beim Werfen. Schaden 2, Haltbarkeit 3. Haltbarkeit war wichtig, die brechen nämlich sehr oft. Ja, nicht lange überlegen. Ruff. Und der ist jetzt erst Level 2. Boah, was wir hier noch alles upgraden können. Das ist so gestört. Was brauchen wir hier? Gar nicht mehr viel. Das kriegen wir alles hier. Das holen wir uns jetzt noch. Dann leveln wir den Speer direkt nochmal. Da kann mir jetzt die Mission da unten mal echt... Sonst wie. Wir müssen... Man muss auch mal ein bisschen farmen. Okay, das war jetzt nur wieder fucking Hardholds. Das war jetzt nur wieder fucking Hardholds. Komm, welche Richtung rennen wir? Ja, wir müssten in die Richtung hier rennen. So. Legen wir einfach mal so fest, dass wir in die Richtung rennen. Mal so nach Norden. Damit wir die Nordsteine und das Nordholz bekommen. Da vorne ist es halt. Was für ein Gehölz bist du? Komm, sei lieb. Jawohl. Fünf Stück direkt. So. Und da unten ist auch noch so ein alter Stein. Und nochmal... Nordsteine. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt hier auf der Minimip-Ex hier einen anderen Stein gesehnt. Gut, dann müssen wir nochmal weiter rennen. Die Ziegen sind hier aber wirklich auch eine Plage, ne? Huch. Äh, nee. Das ist so nicht notwendig. Na, hat's dein Kumpel schon gemerkt? Nee, ne? In den Arsch. Und dann ins Gesicht. Äh, heh, 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 heh. Wo liegt der denn? Äh. Ist er ein Stück gerollt? So. Bei dem kriegen wir auch nichts mehr auf die Tasche, dass wir nicht schon hätten. Ziegenparty. Oh, komm, jetzt sagt man... Da oben ist ein Stein. Da irgendwo ein Stein. Ich sehe es genau. Ich sehe es genau auf der Minimap. Hier muss... Da ist er. So, gib rüber den Lachs. Hat gereicht. Jawohl, ey. Zwei fette Upgrades auf den Speer. Schaden vier, Haltbarkeit vier. Das geht ab. So, nun... Oh, das sieht jetzt ja schon richtig schick aus. So. Und nun... Testen wir ihn mal in einem Ziegenbock. Büffel. Wenn mich jetzt hier... Wenn mich jetzt hier eine ganz Büffel her, die angreift, rast ich komplett aus. Äh, können wir davon jetzt eigentlich mehr herstellen? Oh, jetzt hab ich ihn angezündet. Na gut. Kriegst du mal einen fetten Speer mit Feuer in den Hals? Einfach, weil du es verdienst. So, gleich mal den nächsten Speer angezündet. Jetzt sind die Opflos weg. Ein Jack. Ein Jack. Da kannst du zwei Kleidungsstücke aus dem Fell herstellen. Das ist dann Jacke wie Hose. Was ist das? Mach da mal den alten Speer jetzt hier aus. Alles brennt hier. So, hier ein neun dazu. So, und hier auch. So, was ist das hier? Ein Abgrund ist das. Puh. Und ja, wir rennen planlos rum. Ey, Mammutfell gratis. Da komm ich drauf. Klar, gratis Mammutfell. Gehen wir nochmal tonen. Werden wir eventuell auch irgendwann mal für irgendwas brauchen. Gehen wir nochmal. Nehmen wir mit. Lassen wir nicht da. Da unten liegt nur einer meiner Steine, die ich so gerne habe. Ja, wenn keiner will, nehm ich ihn mit. So, aber jetzt mal ohne Flachs. Wo sind wir und wo rennen wir überhaupt hin? Aha. Da sind wir eine schöne Kurve gerannt. Ja, dann rennen wir halt zu der Mission da. Na gut, jetzt traue ich mich, Bestien zu töten. Nehmen wir mit einem Speer auf Level 3. Ey, weißt du was? Nein, 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 nein. Du sollst mich nicht töten. So, hier, das wollte ich machen. Hier, 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 hier. Okay, ich wollte den zähmen. Ach, das ist ja ein Zähpel. Das ist ja gar kein Wolf. Den kann ich ja noch gar nicht. Den habe ich ja nicht freigeschaltet. Ich schlingel. Okay. Und mit dieser Todessequenz verabschiede ich mich. Oh, haben ein bisschen mehr reichen, diese Erfolge, ne? Schauen wir mal, wie wir das nächste Mal kommen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.